Herzlich Willkommen zurück hier in Skylanders So Als nächstes werden wir das Level noch einmal spielen Spielauswahl Trümmerinsel Willst du reisen Hier gefährliches Grasland Da haben wir noch nicht alles geschafft Wir überspringen das einfach mal Müssen wir eigentlich wieder Kaylee finden So Technologie haben wir ja schon Gemacht Gehen wir gleich mal weiter Jetzt sind wir noch mit unserem kleinen Baum unterwegs Gehen aber diesmal einen anderen Weg Oh Ja Wo hatten wir eigentlich auch schon gehabt Wundert mich aber wahrscheinlich kommt die einfach dann nochmal In dieser Zone sind Skylander des Magie Elements stärker Genau wir können eigentlich auch an der Stelle wieder Spyro nehmen Da Der Baum doch recht langsam ist Und Der Baum braucht eh auch noch Geld Ich muss ja auch wieder zurück schiefen Ich weiß gar nicht wieviel Zeit man hat Jetzt können wir da am besten den Sterl Ich weiß gar nicht wieviel Zeit man hat Da kann man gar nicht runter Oh da kann man gar nicht runter Ah Guck mal man kann er anbrennen Oh, so lustig aus. Du magst ja eh nicht so gerne, wie kein Pfeudelbeister. Diesmal gehen wir nicht gerade aus lang, sondern einfach mal rechts. Oh, dann haben wir erstmal ne Kiste an die wir vorhin nicht handgekommen sind. Und als nächstes gehen wir dann hier rund. Und hier brauchen wir jetzt aber einen Wasserskylander um dieses Tor zu öffnen. Das heißt, wir tauschen nochmal wieder. Und wir haben jetzt hier mittlerweile auch schon vier Stück, die wir benutzen. Und sogar noch einen fünften, den wir noch gar nicht benutzt haben. Den wir ja auch schon gefunden haben, also die Karte. In dieser Zone sind Skylander des Wasser-Elements stärker. Wir haben ja im ersten Part gefunden. Sollen wir mal gucken. Wir müssen... Na doch, dass wir müssen das erstmal hier verschieben. Dann das mal da verschieben, das mal da verschieben. Dann schenken wir das mal da. Dann nach hier. Dann kann ich das hier rein. Dann gibt's auch noch ne andere Sache, die man machen kann bis später. Dann geht's jetzt rein. Dann wird alles Geld bekommen. Dann wird alles Geld bekommen. So, und da wollen wir ja eigentlich auch gern noch hin. Das heißt, wir müssen... Den... Den hier... Und den noch verschieben. Und welchen müssen wir noch hier verschieben? Wir müssen... Den... Den... So. Jetzt müssen wir nämlich nochmal da hoch. Gehen nochmal hier runter. Das mal das Geld. Und gehen dann hier durch. Ich... Und haben dann noch ein Geschenk gefunden. Kritisches Tempo... Finde ich jetzt nicht so schön. Da fände ich dann doch besser. Fatschel, Fatschel. Und dann geht's ja wieder raus. In dieser Zone sind Skylander des Magie-Elements stärker. In dieser Zone sind Skylander des Lebens-Elements stärker. Das haben wir auch schon gesehen. Das überstringe ich auch mal an der Stelle. Wer davon noch nicht gesehen hat, kann sich gerne den Part da vorne angucken. Der am Ende auch wieder... Und schießt dann damit auf die Schlösser. Mit oben am oben rechts verlinkt wird. Beim Bild zockt. Und oben links wird's dann, wenn der nächste Part raus ist, eine Verlinkung zum nächsten Part geben. Mal bei den Portalen. So... Er hat auch schon ein bisschen Geld. Mit E hatten wir auch schon geredet. In unter 3 Minuten 51 haben wir auch mal wieder nichts. Dafür muss man uns anscheinend dann doch noch schneller durchspielen. Da der Part in dieser Zeit auch schon wieder 7 Minuten geht. Ist das auch kein Wunder. So... Wir waren jetzt hier. Er hatte uns gesagt... Wir sollen... Hier hinten gehen. Und das hier kaputt machen. Mal schon das Geld einsammeln. Oh! Die Fusselbücher sind drauf. Du hast es geschafft! Wow! Der Weitblicker ist nicht nur gut, um in die Ferne zu blicken, sondern er eignet sich auch als Schafschleuder! Wunderbar! Wunderbar! Hier, ich zeig dir wie er funktioniert. Ist fast wie ein Teleskop. Nur eben viel magischer. Er ist etwas eingerostet, aber er sollte uns trotzdem zeigen, wo wir hin müssen. Das ist das Magische daran. Ja! Jetzt seh ich sie! Die erste ewige Quelle, die wir brauchen. Luft! Der Lichtkern wurde von allen ewigen Quellen gestärkt. Wenn wir die Luftquelle bekommen können, ist das der erste Schritt, um ihn wieder herzustellen. Die böige Burg! Die bösen Drow müssen die ewige Luftquelle gefunden haben. Aber irgendetwas ist schiefgelaufen. Hier wird alles auseinandergefegt! Meinem Ballon fehlt noch was. Etwas, um mich durch den Sturm zu schieben. Ja... Zum Beispiel ein Propeller, du Genie! Nein, nein! Etwas ganz anderes! Du bist so süß, wenn du mit mir flirtest! Ich hab es! Wir brauchen eine Art... Propeller! Wirklich? Wirklich? Gut! Alle wissen, dass die Drow den Skyschoner Hafen patrouillieren. Ihr Elite-Luftschiff hat sicher genau den richtigen Propeller für uns. Ich sage dir was. Geh zum Ballon zurück. Ich zeichne es dir mit Textmarker auf der Karte ein. Hey! Ich liebe Textmarker! Das ist eine sehr wichtige Mission! Geh zu Flynn, wenn du bereit bist! Also, wenn du Abenteuer willst, bin ich dabei. Aber auf Abenteuer muss man sich vorbereiten. Wenn du oder deine Skylander-Freunde trainieren wollt, kann ich euch mit ein paar Herausforderungen helfen. Komm einfach zu mir! Und das gucken wir uns dann einmal an. Die Herausforderungen. So. Das heißt, die nächste Mission wird da. Und ich denke, wir gucken einfach mal, was Katie uns noch zu sagen hat. Bist du bereit für eine Helden-Herausforderung? Dann muss ich dich warnen! Die sind knallhart! Genau wie ich! Willst du es mal versuchen? Aber wir können es ja einmal ausprobieren. Eine eigene Helden-Herausforderung. Aber alle Skylander können sie alle ausprobieren. Such dir eine aus. Und dann los! Aha. Ritter 6, Mario von der Zyklopeninsel. Belohnung Rüstung. Probieren wir das mal. Irre! Die Zyklopen haben einige Mabu entführt. Und das, obwohl sie gerade erst versprochen hatten, es nie wieder zu tun. Du musst die Mabu schnell aus ihren Käfigen befreien. Die Zyklopen werden nämlich schnell hungrig. Drei. Zwei. Eins. Achso, man hat aber auch nur eine gewisse Anzahl an Zeit hier. Achso. Das ist einer. Das ist sicher niemand. Okay. Das ist halt der Seite. Vielleicht weiter. Noch zwei Minuten. Und noch drei Stück. Aha. Jetzt muss man hier runter. Jetzt muss man hier runter. Mal unten. Ja. Genau. Wenn man jetzt schon wieder hier rauf bekommt. Okay. Okay. Oh man. Oh man. Ja. Ja. Und da. Und dann. Mal hier rauf. Den Schlüssel. Minute. Oh man. noch eine Minute. Ist das dein Ernst? Ah. Wenn man es gewusst hätte. Ne. Ich glaube. Das wird nichts werden. Dazu ist es auch einfach zu langsam. Mal nämlich noch hier hoch. Lass mich. noch zehn Sekunden. Es gibt mehrere. Da war auch noch einer. Oh nein. Ich fürchte du hast es nicht ganz geschafft. Ich sagte doch, dass es hart wird. Ah. Nicht ganz. Nicht ganz. Vielleicht hast du mit einem anderen Champion mehr Glück. Wir werden es beim nächsten Part nochmal probieren. Und an dieser Stelle sage ich wieder. Falls das Video gefallen hat. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht dann nicht. Und tschüss.